Es geht weiter! Hallo! Mit Febo. Alles klar. Ähm, in der Wüste verfolgen wir gerade wieder die Sandspur, äh, so die... ...des Glitzerzeugs. Läuft man richtig? Ja! Ja! Folgt dem Feenstaub! Das erinnert mich wieder an Sims, da wo man die Feen sammeln konnte, da in diesem Haus. Ja, stimmt. Wo man nie was bekommen hat. Doch, einmal haben wir was bekommen. Achja, was war's denn? Samen? Tja, wir sind nicht die Einzigen, die je in dieser Höhle festgesessen haben. Wir sitzen fest. Das ist mir jetzt neu. Schön zu wissen. Wir müssen bestimmt nur Sims-Alakon sagen. Puh! Schon drin! Wo? Wir schweben. Cool. Das ist ja eben. I'm Jesus! 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 Wie sollst du die Leichen durchsuchen? Mein Hund ist auch Jesus! Wuhuu! Ich habe eine Nachricht gefunden. Sie spricht zu uns. Leidkraftige Dunkelheit. Wir entkommen ihr nie. Das hört sich nicht gut an. Hey, hier ist auch was. Einer von denen hatte ein Tagebuch. Die meisten Seiten sind zerfallen, aber... Tja, man kann immer noch viele seltsame Symbole erkennen. Aber das meiste scheint geschwaffen zu sein. Ich meine, hör durch diesen Quatsch an. Leuchtende Geister der Sande. Gewehrt das Orgengrauen im Schimmer unter einem stillen Mond. Was soll das? Super. Schön, dass du... Das war bestimmt gar kein Tagebuch. Ja. Zauberbuch. Springen wir einfach mal runter. Oh, da ist eine Treppe! So! Ja, ja. Was sagst du? Kann man auch die Abkürzung nehmen? Nein! Tja dann eben eh沒有. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh... Musste runtergehen. Hoffentlich ist dieser Schwefel多f nicht giftig. Weißt du? Schwefel ist gesund. Wo ich bei Bibi gelernt. Ja. Ja. Oh. Weißt du. Wie kann das eigentlich sein, wenn sie so ein Zauberbuch hatten? Warum sind die Skelette dann oben und nicht unten? Keine Ahnung, vielleicht gibt's ja noch was Gruseligeres und die sind gerade noch so geflüchtet. Ah. Ah. Hm. Hm. Kossei hat immer recht. Darum und Head Tutorial sind über... Was? EW EIN STOCK! Darum und Head Tutorial sind über Blood Mirror. Und Julians Blog auch. Oh, das geht nicht. Schrecklich. Das ist auch schon lange so, oder? Das ist schrecklich. Ich hab's mir nochmal angeguckt, es hat mein Herz zerstört. Ah. Sie sind eine Konsumgesellschaft und dafür haut Cold Mirror zu wenig aus. Ich weiß. Aber was sollte man ausgerechnet hier verheben? Ah. Tja. Ich hasse sie alle. Guck mal, sieht jetzt nicht cool aus. Oh, wie schön. Oh, das Universum. Tja, und jetzt? Ich kenne so weit Walter zurück, der kommt zu uns, Mann. Der lahme Arsch. Ah. Offenbar eine Brücke. Ist das der Ausfahrmechanismus auf der anderen Seite? Oh, das rastet mal mehr. Der Hund. Ja, ne? Los Hund, spring! Du willst nicht springen! Das ist klein wie ein Pferd. Tja, mit Tomb Raider hätten wir jetzt hier oben irgendwo einen Haken und dann hätten wir uns rüber geschwungen und dann wären wir da, ne? Oder wir hätten jetzt hier irgendwelche ausfahrenden Dingsies, Stangen, wo wir uns dann so Composible mäßig rumschwingen. Also, von hier aus solltet ihr es auf die andere Seite. Ja, von hier aus zu springen, ne? Also wir, ne? Haben wir uns abgesprochen, dass wir unbedingt auch knacken. Ahaha, tat nicht weh. Ja, ne? Wer hat eigentlich gesagt, dass wir gehen? Lass nochmal schnick-schank-schnupp spielen. Aber er hat eine ausgerenkte Schulter. Lass ihn. Lass ihn. Der ist alt. Schön, dass wir dich noch hören. Das ist irgendwie voll einfach, ne? Ja. Bei Alarm. Aber einer hat es nicht geschafft, guck. Hat sich den Rücken ausgerenkt. Ich ziehe auch gegen die... Oh! Oh, das war jetzt blöd. Das war die Brücke, ne? Oh, und das waren noch ein paar mehr Teile von der Brücke. Oh, und jetzt kam die Brücke. Und jetzt kommen die Steine. Ja. Ja. Das war nicht gerade still. Und jetzt gleich Worte von soem Städten. Nicht, wenn wir neben ihr stehen. Nein, nicht, nicht, nicht. Kommen wir nicht zu nah. Wo sollen wir hin? Keine Ahnung. Finde einen Ausgang. Okay. Oh, so schwer leuchtet im Dunkel. Oh, im Prinzip. Ja, gut. Ich denke, könnte das der Ausgang sein? Nee, bestimmt nicht. Ja, auf geht's, folgt meinem hellen Schein. Wow, das sieht sehr malerisch aus, aber... Bisschen too much. Natürlich, du machst mal was, das glaube ich kaum. Natürlich. Ich kann nicht durch. Ach komm schon, jetzt sag nicht, dass du genau den richtigen Spruch gefunden hast in einem 4000 Jahre alten, 300 Seiten langen Buch. Danke. Jep. Wolter, du bist ein Genie. Was für ein Zufall. Genau wie in Filmen, ne? Oh ja, ich such mal einen richtigen Spruch, ne? Schlag irgendwo am aller ist er ja. Genau. Weil's lange dauern würde wahrscheinlich. Ja, ich kann hier... Irgendwie konnte ich gerade nicht weiter. Hat er gerade irgendwas gesagt, irgendwas wichtiges? Nö. Ne, okay. Wolter labert nie was wichtiges. Ne, okay. Wolter labert nie was wichtiges. Das Licht in eurer Inneren wird sterben. Alles von euch wird sterben. Okay, wir haben's kapiert. Wir werden sterben. Zeig euch. Aber du läufst eh drauf hinaus, dass er stirbt. What the fuck? Ist das für Lehrerbeuse? Kann sein. Die Kinder kommen zum Spiel. What the fuck? Endermänner? Oh mein Gott. Haben wir nicht schonmal gegen die gekämpft? In, äh, in Sichtbahn? Oh, die haben Bürochen? Ja. Ich glaub nicht. Woah, what the fuck? Alter Wolter, hilf mal. Das ist sehr effektiv. Das ist sehr effektiv. Ich... Ich... Nee, du kommst immer süß. Im Pokémon würde das heißen, diese Attacke ist sehr effektiv. Jep. Okay, hat gut geklappt. Der Flak wird niemals verblassen. Das war gerade gruselig. Das ist gerade automatisch in die Richtung gelenkt. Das ist alles in Ordnung. Wir wurden gerade von Schattenkindern umgebracht. Der war fast... Zumindest nur angekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein... Okay, schuldigung. Ich hab überregert. Oh mein Gott. Wir haben jetzt blitzlos. Hahaha. Eine Maus. Ahhhh. 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 Zerstören wir diese alte 4.000 Jahre alt. Ahhhh. Ahhhh. Ja genau. Wir kaputt alles kaputt machen. Scheiß drauf, das hält noch. Pam. 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 Pam, Pam, Pam. Pam, 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 Pam. Aber wir müssen wieder zurück. Haben wir umgebracht eben. Ahhhh. Ahhhh. Was war das? Fehlermäusis. Okay. Ich glaub, Walter ist zu weit weg von uns. Wir können nicht mehr hören. Sind wir in die Falsche Richtung, Hank? Ups. Lalalalalala. Hat jemand gesehen? Prost. Außer die Zuschauer. Unsere zwei, wenn wir Glück haben. Ohhhh. Falls sie noch da sind. Es hört nicht auf. Ohhhh. Alter, komm mal ein bisschen beeilen. Ist echt so, ne? Ahhhh. Wenn jetzt den gleichen, ja, ich gehe den gleichen Weg, war ja klar. Mach doch mal hin. Ui. Arschloch. Die könnten sich gut in echte Krieger verwandeln und dann umbringen, oder? Ja. Bestimmt. Genau so wie diese Figur. Oh, guck mal, die hatten sogar damals Wäscheleien. Ohhhh. Ohhhh. Für ihre Rüstungsteile, die wir die trocken müssen. Wetten. Ich wette mit dir. Ja, ne? Genau. Das kann auch Grundteil gegner sein. Nein, das war ein hässliches Stück Fetzen. Aber guck mal da. Die Augen leuchten. Scheiße. Ohhhh. 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 Oh, Käfer. Hast du das gerade gesehen? Käfer! Ohhhh. Du bewegst dich. Oh, und jetzt gucken wir wieder zurück und der ist nicht da. Käfer! Wetten. Gucken wir wieder zurück. Der ist nicht da. Die Statue. Ohhhh. Ohhhh. Hör bloß auf ey. Was Clownstatue? Wir haben gar keine Clownstatue. Ahhhh. Wartet. Hier muss ein Nachausgang in der Nähe sein. Da ist ein Luftraum. Spürt ihr das? Vielleicht von... Ich hab heute morgen Knoblauch gelassen. Tut mir leid. Das war der auch wohl. Gerne. Pfff. Du Arsch! Nein. Nein. Es ist wieder das Gewalt. Es geht. Es geht. Es geht. Ich schau lieber mal. Ey, Super Walter. Nicht das Licht! Nicht das Licht! Nicht das Licht! Müssen wir es jetzt im Dunkeln machen? Alter, wirst du zu blöd im Feuer stecken. Walter! Hinter dir! Fass auf! Yay! Turn around. What the fuck? Da ist nichts. Okay, das find ich jetzt gruselig. Ich hab auch Paranormal Activity gepuckt. Echt? Ja, den Film hab ich noch nicht gepuckt. Ich fand den gut. Ja? Ja, aber alle die ich gefragt habe, fanden den schlecht. Ich fand den gut. Das ist alles in Achtung. Waaah! Hä! Diese Dinger! Musst du töten! Nein, was ist das? Rechts, rechts, rechts! Ja, ja! Ehe, ne Nacktschnecke! Nein, die Krüge! Vielleicht soll ich ihm hinterherlaufen. Waaah! Cool, was ist das? Waaah! Die Tür! Ja, das sollten wir grad tun. Waaah! Ich glaub, die Blutzeflocker. Oh, ich glaub die sind schon stärker geworden. Ja. Die sind stärker aus. Sie sehen nicht mehr weichig aus. Haha! Besser irgendwie vielleicht. Ich kann euch sehen! Auch wenn euch nicht bewegt, ne? Kein Familie und... Wenn ich den bebehe, will ich mich auch nicht. Was für Schaden macht das Zeug hier nicht? Ne. Oh ja! Du auch noch! Ich will sie nicht bewegen, ne? Ja. Heute nicht. Oh, es gibt ein ADS-H. Heißt das so? Was? Sieben. Sieben. Hm? Sieben? Was? Sieben. Das hat sie mich nicht gewöhnt. Oh mein Gott. Was ist hier? Waaah! Du Idiot! Das war's von Goku. Hast du ja gesehen? Lol. Pinkes Feuer? Schwul! Was hast du mit unserem Licht gemacht, du Idiot? Wee. Und wir müssen jetzt hier raus. Muss jetzt mal ganz ehrlich sein so... Wer war das? Also ich hab nichts gesehen. Warum hat das unsere scheiß Fackel weggetan? Einfach so'n Abgrund geworfen. Wuuu! Einfach nur Spaß! Yeay! YOLO! Genau, ne? Wirf das Licht weg! Ich fand's ein bisschen zu hell hier. Du bist zu hässlich! Muss ich nicht mehr sehen! Oh, damit's romantisch wird? Nein, weil du zu hässlich bist! Oh, dam dam dam! Warte, warte, wie war das nochmal? Du bist wie Zucker, weil ich so süß bin? Nein, weil du so fett bist! Krass. Ja. Ich kenn so, ne? Ach, du bist wie die Sonne. Man kann nicht hineinsehen. Da kann ich hinsehen. Da kann ich hinsehen. Ist das Pech? Thea? Thea, ja, genau. Thea ist aber ein Gemisch, oder? Whatever. Wir sprechen einfach, was Oma der sagt. Ich kann nicht, schade. Wer ist da? Wer ist da? Oh mein Gott. Wer ist da? Da? Oha. Hey, was geht? Möchtest du einen Kaffee? Ich hab auch Kaumi. Siehst du schwarz aus. Aber nicht, dass dir dann schwarz vor den Augen wird. Ich kann nicht springen! Wieso darf ich nicht springen? Okay. Oh nein, eine Arena. Nein, ich hab mir den Fuß gebrochen. Wie immer. Yo, springen! Ja, ich bleib mal ein bisschen hier, ne? Köpper! Köpper! Wenn du einen Mann bist, mach einen Köpper! Äh. Der Kräfer? What the fuck? No! 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 Just run! You better run, 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 run! Run! Die entstehen aus dem Teer hier! Ah! Jetzt versteh ich ja. Man könnte nur Unmengen wie viele bekommen, oder? Ja, irgendwann sind die Proteine aufgebraucht, ne? Proteine! Wenn Ahnung! Nicht mehr nährstoffreich sind! Kann nix mehr rauskommen. Guck mal, das war schon wieder! Das ist jetzt... Party! So, das muss man schon noch auf Partys hin. Ah! So, einfach kurz... Wie so... Stromfischen, weißt du? So... Man muss den ganzen Teer-Bereich hier so voll unter Strom setzen, kommt niemand mehr raus. Ja, ne? Ja. Genau, das machen wir jetzt. Einfach immer lehren. Ach, wir folgen wir. Follow! Wusstest du, dass es in Peter Pan 1 ein Lied gibt, das heißt wir folgen unsere Führer? Nein. Ja, das wusste ich auch nicht. Nur als ich es auf Englisch gelesen hab, also als die gesungen hat, We follow our leader! Leader! Ich denk mir so, what the fuck! Vielleicht hat es auch noch eine andere Bedeutung. Ja, aber das... Ich meine... Ich wurde schon immer ein bisschen unterstellt, dass sie rechtsradikal so... Ja? Ja. Okay. Hab ich auch noch nicht gehört. Es war nur so, oh mein Gott. Und diese Kombi von 17 Stunden ist echt gut, ne? Mhm. Sogar sehr gut. Jetzt sollten wir auch mal ein bisschen was auf Energie, äh, Magie trimmen. Ja. So. Ein Fähigkeitsbogen. Hast du ja nicht genommen, ne? Ja, Mann, Nahkampf ist halt cool. Tja, wir sind jetzt alleine, weil im Hoholta wieder seinen Schwanz eingezogen hat und weggegangen ist. Oh, es ist nicht untertitelt. Ja, bei mir auch gerade. Ich hör nur irgendwie... Oh, ich muss dir was nächstes erzählen. Passt jetzt bestimmt gut. Ja, bestimmt. Au. Mein Knöchel. Sieht aus wie eine Frau mit einem... Blumenchen. Ach, das ist Walter. Ah, ne, oh. Ups! Wie kam Walter? Ach so. Oh, warum sind wir so nah dran? Nee. Oh, der wird schlecht. Oh, nein. Ich fand mich ja schon immer hässlich, aber jetzt? Nein, 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 nein. The fuck? Einfach mal machen? Ja, nein. Oh, nein, jetzt haue ich ihn. Es ist die Zukunft, die euch erwartet... ...chctions man das als dochiosos ist. would you do it? Wie soll es?'." Aw, auf jeden Fall wird Asp Chance eine Tea Party komm... und, uns gegen Bett, an Flusson, Kekse und wie könnt ihr Technisch geheirn erzählen. Wen steht ihr denn jetzt auf dem Cheap, ein Commissioner? Ich fühle mich nicht, ich bin Ben. Ich hab dir für ihn gesehen, ich bin Ben. Ben. Ja. Auf jeden Fall. Meine Katze hat eine... Ich kenn's die wie diese Niki. Huiiii. Guck, das war klar, das war so, so klar. Ja, das war so klar. Man fliegt mal weg, ey. Jetzt führst du nur, ihr seid frei. Wow, mit dem Bohrer auf dem Rücken. Solche Leute würde ich dann eher mit dem Schwer. Ja. Und kennst du diese Niki-Kuscheltiere? Ja. Das gab's... Oh, what the fuck. Krass, wie so ne Sägemaschine. Auf jeden Fall gab's dann so... Kann man so an Magneten... Also eine Ameise mit Magneten. Kannst du so an Kuhfragen oder Heidensäure oder sonst wo packen. So, und meine Katze hat irgendwas mit diesem Kuscheltier. Ich weiß nicht wie, aber sie liebt es, ne? Und immer wenn sie nicht bei mir in die Tür reinkommt, dann nimmt sie halt diese Ameise, kratzt ein bisschen an der Tür, legt dann die Ameise vor meiner Tür ab und geht wieder. Und wenn ich die Tür dann aufwache, sehe ich, dass sie da gewesen ist, weil sie dann die Ameise hat, ne? Ab jeden Fall hat sie dann bei mir gepennt, mit meinen Beinen so, weißt du, so... Beinen so eingerollt. Ja, ja. Und ich hatte halt die ganze Zeit, ähm, die ganze Zeit am Pennen, hab aber gemerkt, dass sie in der Nacht halt zu mir gekommen ist. Und dann hatte ich halt die ganze Zeit so, den Kopf nach rechts und dann links aufgewacht, hab sie halt gesehen und hab meinen Kopf nach links gedreht. Und neben mir, neben meinem Kopf lag die Ameise. Das war so niedlich! Oh, ich hab's euch! Das war nicht so süß! Je ne Ehemann, ey! Ja, Mann! Tchü 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 tchü! Wollten immer schon im Kreisding sein! Yeah! Das sind die Maschinen! Das sind bestimmt mit Menschen voll ekelhaft aus! Ja, ne, zum Glück sind das bloß solche Rüstungen. Ja, so, Maschinen. Das hab ich mir auch gesagt. Das kennt ihr auch, wo ich die noch kumpf! Was? Was? Oh! Oh! Die können aber gut blocken! Das muss man eh lassen! Ja, ach so! Blocken! Ja, klar! Jo, hier, ne, immer nur gebrochen! Oh, da ist nix mehr, aber trotzdem, ne! Und nochmal! Oh, den haben wir ja ganz vergessen! Ist ja immer noch Polatia! Ich will schon mal! Ja! Nicht, dass wir gleich gegen Roter gehen müssen! Oh, das schwarze Ich von Rotas! Ah, ich wusste! Oh, nein, wir müssen anfangen! Oh! Gebrüht, der! Da und hier vorne! Yeah! Oh, ein Todesling! Oh, ein Todesling! Oh, jetzt nicht mehr! Die erinnern mich echt so an Endermänner, ne? Nur der? Na, ist ja nix, ne! Und zwar sagen wir, wir beenden jetzt den Paar, bevor uns beenden! Und bevor uns erreicht, ne? Oh, 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 oh! Hoffentlich stimmt doch! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Und was macht der denn da? Ah, bitte, dass da jetzt nicht noch irgendwie extra hier rauskommen, oder so! Das finde ich nervig! Das ist ziemlich langsamer! Hey, Brascha, was geht so? Na, gucke auf einen Kaffee? Du siehst so. Kaffee? Kaffee? Bestimmt nur in schwarz. Okay, äh, sagen wir bei einer Haare. Schneller! Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss!